In diesem kurzen Infovideo möchte ich nur schnell über die nächste Woche sprechen, in der ich auf der Gamescom sein werde. In der Zeit vom 19. bis zum 25. August geht es für mich wie die letzten zwei Jahre auch wieder auf die Gamescom in Köln, in der es auch mit neuen News Videos schwierig werden könnte. Vermutlich wird es in dieser Zeit sowieso keine Neuigkeiten geben, allerdings müsst ihr in dieser Woche nicht ganz auf neue Videos verzichten. Ich habe zwei Videos vorproduziert, eines davon wurde schon länger groß gewünscht, ihr könnt also gespannt bleiben. Wie wäre es, wenn wir auf dem Messegelände ein kleines Community-Treffen starten? Am Freitag und Samstag, den 24. August, werde ich um 14 Uhr in Halle 9 ungefähr hier neben dem Nintendo-Stand stehen. Alle, die auch auf der Messe sind, können gerne vorbeikommen. Haltet einfach nach einem Typen mit blau-grünen Haaren Ausschau, vielleicht mache ich auch mit einem Plumbob auf dem Kopf auf mich aufmerksam. Wenn sich irgendetwas zeitlich ändern sollte, erfahrt ihr das ebenfalls in meiner Instagram-Story. Werdet ihr auch auf der Messe sein? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis zum nächsten Video!